Einen wunderschönen guten Morgen, es ist wieder Montag, juhu, die Montagsmotivation, Natural Leadership Podcast, mein Name ist Anja Niekerken, ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Also, ich habe gerade mal wieder ein Buch über Kreativitätstechniken und Problemlösungen in der Hand, es ist ein ziemlich altes Buch, das heißt Hurra, ein Problem, von der Brigitte Adriani, Ulrich Schwalb und ich weiß gar nicht, wie der letzte Vorname heißt, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Dieses Buch ist ganz großartig, es ist sehr schnell zu lesen und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dabei ist mir folgender Gedanke gekommen, beziehungsweise bin ich mal wieder über folgendes Thema gestolpert, was mir in meinem Coaching-Alltag auch immer wieder fährt. Und zwar haben die Führungskräfte, die Ideen brauchen meistens oder in der letzten Zeit immer wieder geht es um das Thema E-Mail-Terror, Facebook-Terror, na Facebook-Terror nicht so sehr, sondern eher Handy-Terror und, 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 das viel zu viel auf einen einströmt. Egal welchen Vorschlag ich dann mache, das Erste, was immer kommt von diesen Führungskräften und die sind wirklich, die sind wirklich gut, die wollen was ändern, aber das Erste, was immer kommt, ist, das geht bei uns nicht, das ist politisch nicht machbar. Das ist politisch nicht machbar, ist eine Vermeidungsstrategie. Also es ist eine Vermeidungsstrategie unseres Verstandes, sich nicht weiter anstrengen zu müssen. Überleg dir mal genau, wann das letzte Mal dir jemand einen Vorschlag gemacht hat und das Erste, was du gesagt hast, war sie, ja, das geht bei uns nicht. Nee, das geht nicht, weil. Das geht nicht, weil. Das geht nicht, weil ist immer eine Vermeidungsstrategie des Verstandes, sich nicht weiter anstrengen zu müssen. Es macht gar nichts, wenn du häufig sagst, das geht nicht, weil. Hauptsache es fällt dir auf, dass dein Verstand sich einfach nur ausruhen möchte und sagen möchte so, nö, 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 ich streng mich hier jetzt nicht an und denk mal über neue Sachen nach. Denn du hast zwar ein Problem, aber es ist immer leichter, im Problem stecken zu bleiben, im ersten Moment zumindest, für deinen Verstand und sich nicht weiter anzustrengen. Deswegen gibt er dir immer zuerst eine Vermeidungsstrategie auf. Es ist ganz selten, beobachte dich mal selber, es ist ganz selten, dass wir sagen, yeah, coole Idee, so machen wir das. Weil die meisten Ideen brauchen ein bisschen Hirnschmalz und ein bisschen Anstrengung und manchmal auch ein bisschen mehr Hirnschmalz und ein bisschen mehr Anstrengung. Und deswegen sind wir immer, jeder, ich auch, zuerst geneigt zu sagen so, nee, das geht bei uns so nicht. Also, wenn du dich das nächste Mal dabei erwischst, zu sagen, das geht bei uns so nicht oder das kann man so bei uns nicht umsetzen, so ist das nicht möglich oder sonst irgendeine schöne Ausrede. Einen Schritt zurück zwischen Reiz- und Reaktionbewusstsein schalten und nochmal drüber nachdenken, ob es so vielleicht nicht geht, sondern ein bisschen anders. Strenge dich mal ein bisschen an. Denk mal drüber nach. Das war's für heute. Toller Montag, oder? Strenge dich mal ein bisschen an. Attacke los. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder zuhörst. Mein Name ist Anja Niekerken, das dem National Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.